Ja, dann kommen wir zurück zu unseren Diskussionen. Es geht jetzt um die Rolle der EZB bei der Krisenbewältigung in den verschiedenen Ländern. Wir können ja da viel an Erfahrungen beitragen in dieser Sache. Unter anderem auch die griechische Erfahrung. Also wie man sehr energisch seitens der EZB eingegriffen hat in die Krisenbewältigung. Und die Ereignisse haben ja auch ganz klar gezeigt, dass die EZB eine sehr starke politische Rolle auch gespielt hat. Und indem sie da Druck ausgeübt hat, um zu erreichen, dass eine bestimmte Politik gemacht wird. Das war die Entscheidung der EZB aus dem Februar 2015. Da hat man entschieden, die Finanzierung zu unterbrechen. Also die Finanzierung des griechischen Bankensystems. Obwohl es doch ein laufendes Programm gab und man sagte, nein, das Programm sei jetzt gefährdet, die Dinge wären nicht mehr sicher und man müsste jetzt diese Finanzierung unterbrechen. Und das hat es dann erlaubt, hier Druck auszuüben. In diesem Panel hier vorne haben wir drei Teilnehmer. Herr Doherty von Fein, einer politischen Partei. Er ist Sprecher für Wirtschaftsfragen und er ist Mitglied des irischen Ausschusses oder Suchungsausschusses zum Thema Bankenkrise. Im Übrigen gab es ja sogar einen kleinen Skandal über die Beteiligung der EZB. Herr Doherty, bitte. Ja, ich freue mich sehr, dass ich an dieser Konferenz teilnehmen darf zum Thema EZB. Es gibt zwei Aspekte zu der Art, wie die EZB sich geriert hat in Irland in der jüngsten Krise, auf die ich heute eingehen möchte. Erstens, die EZB selbst ist betroffen und der zweite Aspekt betrifft das Wirtschafts- und Finanzestablishment in Irland. Denn die haben den EZB-Ansatz ja sehr begrüßt. Also, bei der Umsetzung der Sparmaßnahmen in Irland hat die EZB eigentlich offene Türen eingerannt. Das heißt noch nicht, dass die Behandlung der EZB von Irland legal sei oder mandatskonform gewesen sei. Ganz klar nicht. Aber das Establishment hat das überhaupt nicht wirklich angegriffen und infrage gestellt. Und das führt zu dem Gesamtthema unserer Diskussion. Und wenn wir über die EZB sprechen und andere EU-Institutionen und die Beziehungen derer zu Irland, dann sollten wir hier nicht von Irland als einheitlicher Stimme sprechen. Also es geht jetzt hier nicht nur um EZB gegen Irland. Denn es gab Stimmen in Irland, die die Handlungen der EZB unterstützt und gut geheißen haben. Größtenteils war das der Staatsapparat, die Medien, die etablierten Parteien. Und es gab dann diejenigen, die sich nicht so verhielten. Und dazu gehörte auch Sinn Fäin. Und das ist auch eine Hauptspannung in der irischen Gesellschaft heute. Und ich denke, man darf mit Fug und Recht sagen, dass das auch bei anderen Ländern der Fall ist, die unter der EZB und anderen EU-Institutionen zu leiden hatten in den letzten sieben Jahren. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die politische Landschaft sich verschiebt. Und wohin sich das verschiebt, ist so nicht sicher. Bei Sinn Fäin verfolgen wir das Ziel, uns so aufzustellen, dass wir die Zukunft mitgestalten können, nicht nur darauf reagieren müssen. Was heißt das nun? Wenn wir über die Handlungen der EZB sprechen, dann müssen wir immer noch den Fakt anerkennen, dass es in Mitgliedstaaten die gibt, die das unterstützen, was da läuft. Und das heißt, dass der Kampf um die Herzen und die Hirne nicht nur eine schlichte Reform auf EU- oder EZB-Ebene umfassen kann. Wir müssen das daheim, auch auf der lokalen Ebene und auch hier in Brüssel klar machen. Und das ist einfach auch die Hauptstoßrichtung meiner Ausführungen heute Morgen. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, zu erklären, was das heißt in Bezug auf progressive Politik, indem man sich die Erfahrungen Irlands anschaut in der jüngsten Krise und sich anschaut, welche Rolle die EZB hier gespielt hat bei dem Schutz des Status Quo und bei dem Schutz eines gescheiterten Systems. Von Anfang an, seit die Krise 2008 ausgebrochen war, hat die EZB klar gesagt, dass sie keine Notwendigkeit sieht, Irland hier als Präferenz stattzusehen im Bereich der Geldpolitik. Wieso wissen wir das? Nun, im Juli 2008 hat Jean-Claude Trichet im Interview eine Frage bekommen zu den verschiedenen Konjunkturzyklen der Wirtschaften in der Eurozone. Und er wurde gefragt, was könnte man machen für Länder wie Irland, Spanien und Portugal. Und damals waren alle diese Länder schon in Schwierigkeiten. Irland steckte in der Rezession, obwohl das offiziell noch nicht zugestanden wurde. Das kam erst einige Monate später, als die offiziellen Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Als man Jean-Claude Trichet diese Frage stellte, antwortete er, ich zitiere, die EZB muss den höheren Interessen der EU oder der Eurozone dienen und die Geldpolitik muss auf der Ebene der gesamten Eurozone optimal sein. Aber trotzdem hat er politischen Rat weitergegeben an Irland, Spanien und Portugal. Und es gibt verschiedene Aspekte der Wirtschaftspolitik, die die Länder selbst regeln müssen. Die Fiskalpolitik, die Strukturpolitik und auch die Überwachung der Entwicklung der Arbeitseinheitskosten. Und Irland ist zweifelsohne in die Krise gerutscht. Und das hatte währungspolitische Auswirkungen. Aber die EZB hat das nicht so sehen wollen und hat so reagiert, dass man Irland und anderen sogenannten Randstaaten gesagt hat, man müsse die Gehälter kürzen, die Arbeitsschutzgesetze schwächen und dann würde alles besser werden. Diese Länder müssten sparen, um Wachstum zu erreichen und ihre Haushalte zu konsolidieren. Und das bleibt das Mantra und die Politik der EZB bis heute. Egal wie das Problem aussieht, die Lösung lautet Gehälter runter, Sozialausgaben runter und Arbeitsschutz senken. Selbst wenn es um die Banken geht und die EZB, da lautet immer die Lösung, greift die Schwachen an, kürzt die Gehälter. Dieses Programm der Kürzungen in einer Rezession, und das mag keine Überraschung sein, hat die Lage noch verschärft. Wir kennen das aus der Erfahrung von Irland aus dem Zeitraum 2008 bis 2014. Wir haben ja auch Studien gesehen, die durchgeführt wurden. Und das zeigt, dass die Sparmaßnahmen das nationale Defizit verstärkt haben. Ein früherer Chefwirtschafter, John Fitzgerald, hat im Economist geschrieben, dass 3,6 Prozent ein Rückgang zu verzeichnen war im BIP von Irland. Und das geht direkt zurück auf die Regierungssparmaßnahmen, unterstützt von der EZB. Und seit 2010 hat die EZB dies immer wieder gefordert als Teil des Troika-Programms. Von 2010 bis 2014, das war ja der offizielle Zeitraum des Troika-Programms, haben die Sparmaßnahmen die arbeitenden Bevölkerung um 3,5 Prozent verringert. Und man hat immer noch versucht, die Arbeitslosenzeiten unter 13 Prozent zu halten. Und vor kurzem hat die Zentralbank Irlands eine Unterlage veröffentlicht worden, und das heißt, dass ein Drittel bis ein Halb des Rückgangs in der Eurozone zurückzuführen ist auf die Sparmaßnahmen. Und das steigt jetzt auf fast 80 Prozent dort, wo die verstärkten Finanzkorrekturen greifen. Und das heißt dann weiter, die meisten Output-Kosten der Haushaltskonzentrierung hätten vermietet werden können, wenn man das Ganze verschoben hätte bis zu dem Punkt, wo die Nullpolitik nicht mehr verbindlich gewesen wäre. Und dann hätte man das Haushaltsdefizit viel stärker verringern können. Sieben Jahre Sparmaßnahmen hat sich enorm ausgewirkt auf Irland. Die Kosten der Krise und die entsprechenden offiziellen Reaktionen der Politik haben überproportional die Schwächsten der Gesellschaft getroffen, die, die am wenigsten gut aufgestellt waren, die Auswirkungen dieser Politik zu schultern. Wir wussten, dass das kommen würde. Wir haben gegen die Sparpolitik gesprochen. Man hat uns aber kein Gehör geschenkt. Unsere Stimme war damals nicht organisiert genug, auch nicht stark genug, um wirklich hier ans Establishment heranzukommen in Bezug auf Wachstumsmaßnahmen. Die geschwächte Fiskalposition des Staates im Haushalt, Zusammenbruch der Bauindustrie, Riesenbankenverschuldung, die dann auf die Schultern der Menschen gehäuft wurde. Und die Regierung hat dann noch eine Sparagenda gefahren. All das führte dann zu einem unvermeidlichen Ergebnis. Der irische Staat hat dann wieder Schulden auf dem internationalen Markt aufgenommen und die EZB war sehr stark exponiert gegenüber den irischen Bankschulden. Und das hat zu einer Panik geführt. Was hat die EZB gemacht? Am 19. November 2010 hat Jean-Claude Trichet an den irischen Finanzminister geschrieben in Bezug auf die irische Finanzsituation. Und er hat ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder akzeptiert er das Troika-Programm oder der Bankensektor würde kollabieren durch direkte Reaktion der EZB, weil man die Not-Liquidität-Finanzierung den Finanzinstitutionen entziehen würde. Trichet sagte das folgende im Schreiben. Ein Schreiben, das geheim gehalten wurde vor der irischen Öffentlichkeit vier Jahre lang, bis dann der Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde. Vier Forderungen hat Trichet aufgestellt an die irische Regierung. Die ersten beiden lauten, es ist Standpunkt des Rates der EZB, dass wir eine schriftliche Versicherung der irischen Regierung brauchen in Bezug auf die vier folgenden Punkte. Und nur dann können wir weiter Liquidität fließen lassen. Zwei dieser Punkte waren, die irische Regierung sollte einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen. Und zweitens, dieser Antrag sollte eine Verpflichtung umfassen, entscheidende Schritte einzuleiten im Bereich der Haushaltskonsolidierung, der Strukturreformen, der Umstrukturierung des Finanzsektors und eine Übereinkunft mit der EU, dem IWF und der EZB. Das war eine eindeutige Bedrohung, die man aussprach. Macht, was wir euch sagen, oder ihr bekommt keine Nothilfen mehr für euer Bankensystem von uns. Die EZB hat keine Garantie haben wollen, sondern da ging es um ganz spezifische Haushaltspolitiken, die man einleiten musste als Vorbedingung für eine Fortsetzung der Liquiditätshilfen. Das Schreiben mit diesem Ultimatum hat überhaupt nichts zu tun mit dem Mandat der EZB. Hier haben wir einen Zentralbanker, einen Beamter, der nicht gewählt ist, der überhaupt kein Mandat hat, der politischen Druck auf einen souveränen Staat innerhalb der Eurozone. Er hat das klar zum Ausdruck gebracht in diesem Schreiben, dass hier kein Verhandlungsspielraum sei. Entweder machen die das so, wie die EZB will, oder Schluss. Punkt. Trichet und die EZB haben ja immer versucht, vorzugeben, die Eurozone sei eine glückliche Familie, mit einem gemeinsamen Ziel. Aber man muss doch die Wirklichkeit sehen. Wir haben eine Mehrschichten-Eurozone, die da geschaffen wurde. Und ich habe das selber gesehen, als Mitglied des Untersuchungsausschusses. Trichet sollte ja öffentliche Antworten geben auf Fragen des Ausschusses. Und als man ihn da befragt hat, zu dieser Drohung gegenüber dem irischen Staat, sagte er, er hätte nur beratend gewirkt, gegenüber der irischen Regierung, dass Irland sich für einen Rettungsschirm entscheiden sollte. Und als wir dann den früheren leitenden Beamten im Finanzministerium befragten, was er hielt, davon, dass Trichet sagte, er hätte nur beratend wirken wollen, da sagte er, also die EZB hat keinen Berat gegeben. Wenn die beratend gewirkt hat, in Bezug auf den Rettungsschirm, haben die ganz klar im Schreiben gesagt, ein Schreiben Trichet ist, wenn ihr das nicht macht, werden eure Banken Zugang zur EZB verlieren mit katastrophalen Wirkungen für euer Bankensystem und ihr Land. Und das zeigt sich jetzt auch in dem veröffentlichten Schreiben von Trichet. Also da macht man sich selber vor, was die EZB für eine Rolle spielt. Und 2012 hat Momsen, ein Mitglied des Gouverneursrats der EZB, ein Interview gegeben, hat etwas zu Irland gesagt, aus der Perspektive der EZB. Damals, zu dem Zeitpunkt, hat die EZB schon eine riesen Rolle, eine direkte Rolle gespielt in der irischen Gesellschaft über das Troika-Programm und hat da die Währungspolitik mitgesteuert. Und in der Rede hat er was gesagt, was wirklich den Kern der Strategie betrifft, der dem Ansatz der EZB in der laufenden Krise zugrunde liegt. Er sagte, die Finanzkrise hat ganz klar beigetragen zur irischen Verschuldung. Und wir dürfen auch diese hohe Verschuldung nicht aus dem Auge verlieren. Das muss unter Kontrolle gebracht werden, entweder in oder außerhalb der Währungsunion. Da muss auf jeden Fall der Haushalt konsolidiert werden im guten Interesse des Landes. Also die, man sollte jetzt mit den Krisenkonsequenzen anders umgehen als vorher. Also das Argument dreht sich im Kreis. Und man will hier einfach nur ablenken von den gescheiterten Ideen, denen die EZB sich verschrieben hat und die die Krise in Irland überhaupt haben entstehen lassen. Die EZB ist Teil dieser Geschichte. Also das irische Establishment, aber auch ein Establishment, das die Sparmaßnahmen gesehen hat als eine Möglichkeit, die Interessen des Bankenwesens und des Bauwesens über die Menschen zu stellen. Zwischen 2008 und 2014 hat man hier 18,5 Milliarden Euro eingesperrt und die Arbeitskräfte hatten schon kein Geld mehr und mussten noch höhere Steuern bezahlen. Sozialer Wohnungsbau, Gesundheit, Bildung, Sozialwesen, all das ist beschnitten worden. 10% ist die Beschäftigung zurückgegangen, 27% weniger im Gesundheitswesen. Die Obdachlosigkeit ist in die Höhe geschnellt. Die Leute sind enteignet worden, die haben ihre Häuser verloren. Und es gab auch ein komplettes Moratorium zu Kapitalbedienung. Und wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass diesen Monat wirklich Überflutungen in unserem Land geschehen sind, weil da kein Geld mehr reingesteckt wurde. Die irische Regierung hat dann mit dem Troika-Programm weitergemacht. Die Bankenuntersuchung hat wirklich auch Zeugenaussagen bekommen in Bezug auf den Ablauf der Verhandlungen und die irische Delegation hat vor dem Untersuchungsausschuss gesagt, der nationale Aufschwungplan 2007 bis 2014, also ein Aufschwungsplan seitens der irischen Regierung ist ausreichend vorgelegt worden, um großen Einfluss zu nehmen auf große Teile des Programms. Aber man hat nicht über verschiedene Arrangements verhandelt, sondern die Troika-Partner haben den Vier-Jahres-Plan so angenommen, haben darauf aufgebaut und zum größten Teil waren das Verhandlungen zwischen Leuten, die mehr oder weniger eine gemeinsame Weltsicht hatten. Man mag hier unterschiedliche Meinungen haben zur Fiskalpolitik oder zur wirtschaftlichen Anpassungen, aber die Unterschiede waren recht klein. Wie erwartet war die Troika nicht unzufrieden mit unserem Plan und mit manchem war das sogar ehrgeiziger als das, was man sich erhofft hatte zu den Strukturreformen. Gut, er sagte, es gab da Unterschiede, auch bei den Wirtschaftsprognosen, aber die Hauptstoßrichtung war für die hinnehmbar. Das sind Aussagen der irischen Regierung, die haben wirklich die Schuhe verloren, um die Interessen der irischen Bevölkerung aufzugeben. Und die EZB war froh und hat dann auch die Liquiditätsbeihilfen gezeigt und die Regierung hat dann mit diesem Programm weitergearbeitet. Und das hat sich nicht nur auf die Regierungsparteien begrenzt, sondern das ging auch über auf einige Oppositionsparteien der damaligen Zeit. Oppositionsparteien, die heute Regierungsverantragung haben. Finnergale ist Mitglied der EVP hier im Haus, haben bei den letzten Wahlen versprochen, wirklich an die Bond-Inhaber heranzugehen, um einige Schulden abzubauen, die die irische Bevölkerung zu tragen hat. Aber die Partei hat da ganz schnell ihren Ansatz geändert, nachdem sie in der Regierung war. Im März 2011 hat das irische Kabinett eine Kabinettsentscheidung gefällt, die besagte, dass man hier mit den großen Bond-Inhabern das aufteilen würde. Minister Nönnen hat eine Regierungserklärung abgeben sollen und der Text war schon fertig und dann hat er, wie MEP McCarthy schon gesagt hat, einen Anruf bekommen von Herrn Trichet und der Minister hat dem Ausschuss gesagt, dass Trichet sagte, in Dublin würde eine Bombe explodieren, wenn man wirklich die Anteilseigner zur Verantwortung ziehen würde. Und Trichet hat gesagt, er hätte das Wort nicht verwendet, aber er sagte, wir haben das auch im Rat der EZB diskutiert und ich habe auf jeden Fall gesagt, es sei nicht weise, das zu tun. Und der Gouverneursrat der EZB hielt es nicht für angemessen, dass in Irland jetzt wirklich diesen Herkart durchführen sollte, mit sehr negativen Konsequenzen. Und er sagte dann auch noch, letzten Endes hat die Regierung es so entschieden, dass die Regierung die Entscheidung gefällt hat und nicht die EZB. Aber wir wissen, dass die EZB die Entscheidung gefällt hat und sie dem irischen Volk über diese Schiene auktraiert hat. Die Zuhörer können jetzt selber entscheiden, ob das jetzt nur ein Ratschlag war oder ein Ultimatum. Und damals hatten wir die Agentur in Irland, eine Agentur, die zuständig war für den Verkauf der Regierung Schuldtitel und die hatten damals der Regierung gesagt, die Märkte hätten das schon erwartet, dass es hier eine Lastenteilung gäbe. Die hatten das schon eingepreist, aber wir wissen, dass Minister Nürnberg zweimal mit Jean-Claude Trichet am Telefon gesprochen hat und eine Regierungsentscheidung, eine Kabinettsentscheidung daraufhin revidiert wurde. Und es ist glasklar, dass die irische Regierung gescheitert ist, wirklich sinnvoll zu verhandeln im Namen des irischen Volkes, um eine Lastenteilung herbeizuführen. Und klar ist, diese Last trägt jetzt das irische Volk als Ergebnis dieses Vorgehens. Aber diese Vorgänger haben ja schon auch gezeigt, wie die ideologischen und politischen Dynamiken da laufen in der Eurozone und in der EU heute. Ob jetzt der irische Finanzminister das machen wollte oder nicht, da können wir immer noch nicht drüber eine Aussage treffen. Fakt bleibt, dass er sich nicht wirklich für die Sache stark gemacht hat. Warum sollte er denn auch? Ist er nicht im Interesse der Partei, die er vertritt. Das ist ein ideologischer Standpunkt, den die einnehmen. Und wenn man auf diese Ereignisse hinführt, will ich sein, es gibt hier eine Fusion von Interessen zwischen Macht und Geld auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Und das ist antidemokratisch, trotz der Tatsache, dass man hier anscheinend demokratische EU-Institutionen eingerichtet hat, die sich nur selbst befruchten. Aber das sieht man nicht nur in den EU-Institutionen, sondern die Troika-Delegation, die in Irland aufgeschlagen das umfasst weniger als ein Dutzend Leute. Und die Troika konnte all das tun, was sie wollte, ohne Widerstände, weil sie in Irland normalerweise mit Gleichgesinnten zu tun hatten. Eine politische und finanzielle Elite, die 2008 einen Schock erlitten hat und die Krise durchlaufen hat, am anderen Ende vielleicht ein bisschen kleiner und schlanker rausgekommen ist, aber genau so ideologisch festgefahren wie vorher. So sieht es aus. Und eine stärkere Integration der Mitgliedstaaten in die fiskalen politischen Systeme in der Eurozone wird nicht zu größerer Demokratie in diesen Institutionen führen, sondern das wird nur weiter dazu dienen, die Konsolidierung und Kontrolle festzuschreiben, die dort schon herrschen. Die Eurozone ist nicht gut aufgestellt. Die Handlungen der EZB in Bezug auf Krisenmanagement in Irland in den letzten acht Jahren sind kein gutes Omen für die Zukunft. Wie wir das demokratisieren können in der Eurozone ohne sie zu zerbrechen, das ist eine der Hauptherausforderungen, vor der wir progressive heute stehen. Es ist möglich, aber es ist schwierig. Und das muss geschehen in den Mitgliedstaaten und nicht nur in Brüssel und Frankfurt. Sehr oft vergessen wir das und das ist zu unserem Schaden. Vielen Dank und ich hoffe, ich konnte mich an die Zeit halten. Sie haben etwas ihr zeitliches Limit von 20 Minuten überschritten. Trotzdem Dankeschön. Sie haben uns ganz klar einen guten Rückblick geliefert mit Beispielen, Daten, Zahlen. Das zeigt, wie die EZB während der Trichet-Periode eingegriffen hat, was zeitlich zusammenfiel mit der Krise in Irland. Es hat Konflikte auf allen Ebenen gegeben, auf nationaler und auch auf europäischer Ebene. Ich möchte hier einen besonderen Punkt herausgreifen, den Sie auch erwähnt haben, nämlich der Kampf gegen diesen Status ist nicht institutionell, sondern hierbei werden ideologische Interessen verfolgt. Dieser Kampf muss sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene stattfinden. Das heißt, innerhalb jedes einzelnen Mitgliedstaates, aber auch hier in Brüssel. Es muss durchaus Kritik geübt werden an einem solchen Vorgang. Es ist wichtig, Lösungsansätze auszuarbeiten, um diese Situation zu bekämpfen. werden, die Ich muss Süß in ich France get rocked und ich habe 挩